Ja, hallo zusammen. Ich habe beschlossen, mal wieder ein sehr, sehr einfaches Motiv zu machen, so dass der Titel 10 Minuten Malerei auch wieder verdient ist. Ihr seht wieder mal so ein kleines Bergpanorama. Hat auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun, mit dem ich mich aktuell beschäftige, nämlich hier meinem kleinen Buch Grundlagen der Landschaftsmalerei. Das wird dann eins der Bilder sein, die da auch in dem Buch vorkommen. Und an dem Bild möchte ich nochmal verdeutlichen, wie sich atmosphärische Perspektive in der Landschaftsmalerei aufbaut. Was das bedeutet, werde ich euch gleich erzählen. Gut, was brauchen wir dafür? Wir brauchen für dieses Motiv relativ wenig Farben und auch relativ wenig Pinsel. Und zwar haben wir einmal hier Ultramarin, dann Kylin Blau, Krab Rot, Cadmium Gelb und Titanweiß. Genau. Und als Pinsel verwende ich einen Flachpinsel oder einen Katzenzungenpinsel der Größe 16 und einen Spitzpinsel der Größe 1 und einen Linierpinsel ebenfalls der Größe 1. Wobei da mit den Größen, das ist ja immer abhängig, was ihr für ein Format nehmt, das könnt ihr ja dann selber bestimmen, selber wählen. Gut, fangen wir an. Das Kylin Blau ist eigentlich nur für den Himmel wichtig, weil ich Ultramarinen im Himmel einfach nicht mag. Ich finde, das wirkt immer so, also bei mir zumindest, immer so ein bisschen grau. Das ist eine persönliche Sache jetzt von mir. Also wer jetzt unbedingt mit Ultramarinen den Himmel machen will, der kann es ruhig gerne tun. Ihr seht, ich trage das relativ schnell und unkompliziert auf. Es ist immer die gleiche Technik. Ich verwende die Farbe hier, Kylin Blau, relativ wenig und mische dann immer mehr Weiß dazu, weil Richtung Horizont die Himmelsfarbe immer heller wird. Das liegt an der Erdkrümmung. Erkläre ich jetzt nicht weiter. Ich habe das irgendwann in einem anderen Video mal erklärt. Könnt ihr mal gucken. Ich habe so viele Videos gedreht, dass ich selber schon einen Überblick verloren habe, was, welches Video. Und wenn ich jetzt merke, das wird ein bisschen zu hell, dann gehe ich nicht ins Kylin Blau rein, sondern hier in diesen Farbklecks, der ja schon Kylin Blau enthält und ein bisschen dunkler ist. Damit kann ich den Farbauftrag wesentlich exakter kontrollieren. Dann wird es mir nicht zu schnell zu dunkel. Ihr seht auch, dass ich hier keine Vorzeichnung gemacht habe. Ich glaube, das ist bei dem Bild egal, weil welche Form jetzt die Bergreihen haben, das kann jeder von euch ja selber bestimmen. Okay, und damit haben wir den Himmel schon fertig. Hat keine Minute gedauert. Ich mache den Pinsel nur kurz trocken sauber, nehme dann für die entfernteste Bergkette hier Ultramarin, gehe in diese Farbe hier rein, die ich angemischt habe, helle die auf. Und zwar soll diese Bergkette, die ganz weit weg ist, nur unwesentlich dunkler sein als der Himmel. Es hängt einfach damit zusammen, Gegenstände, die sehr weit entfernt sind, haben in der Regel, die haben immer einen sehr hohen Blauanteil und das hängt damit zusammen, dass die blaue Farbe sehr stark ist, sehr kräftig ist und durch diese viele Atmosphäre von da ganz hinten bis zu mir, der ich hier irgendwo stehe, halt durchkommt. Und die anderen Farben, Rot und Gelb und so, halt nicht. Die sind zu schwach, die kommen nicht durch. Deswegen habt ihr hinten in der Ferne nie rot oder gelb. So, das nehme ich ein bisschen Weiß und ihr seht hier auch, dass hier oben die Berge immer dunkler sind als hier unten. Also zumindest bei den entfernten Bergen. Und das mache ich in dem Bild einfach so, dass ich jetzt reines Weiß auf dem Pinsel aufnehme und mit dem Weiß hier reingehe und mir die Farbe einfach so ein bisschen nach unten ziehe. So, dann habe ich die entfernte Bergkette schon fertig. So, dann nehme ich für die nächste Bergkette wieder Blau, mische jetzt ein ganz klein wenig Krabbrot dazu, wie ich vorher auch gemacht habe, habt ihr vielleicht gesehen. Ganz, 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 das war wirklich nur ein Hauch. Ihr seht hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Krabbrot dazugebe, dass das sehr schnell violett wird. Da muss ich einfach mehr Blau dazugeben, dann wird es wieder eher bläulich. So, und jetzt ist es heller, das heißt, ich muss hier noch deutlich Weiß dazugeben. Und damit mache ich jetzt die nächste Bergkette. Ihr seht, es geht echt super schnell, ist mal ein bisschen zu rot geworden. Jetzt ist es zu dunkel. Ja, ich habe das ganze Video schon gestern schon mal gedreht und habe dann gemerkt, dass kein Ton da war. Das war nicht so toll. Ich konnte das ganze Video noch mal machen. So, wie die Berge jetzt laufen, das bleibt euch selber überlassen. Ich möchte, dass die letzte Bergreihe gerade eben so eine Ahnung davon da ist, sondern nehme ich halt wieder Weiß und ziehe mir jetzt diese Farbe hier, mische die hier so rein und ziehe mir die halt so ein bisschen nach unten. So, jetzt ist es ein bisschen zu rot geworden, also sieht etwas anders als das da war, aber oh Gott, künstlerische Freiheit. So, jetzt kommt die nächste Bergreihe. Ich gehe einfach wieder in die Farbe rein, mische mir jetzt noch ein bisschen mehr von dem Krabbrot dazu, war wieder ein bisschen zu viel. Ich möchte, dass es nur eher blau als rot ist. So passt es. So, dann würde es noch ein bisschen heller sein. Gucken, ob ich den Farbton getroffen habe. Kann ich hier ganz einfach... Na, ich habe hier noch zu viel auf dem Pinsel ungemischt. Ein bisschen stärker mischen. Ja, ganz klein wenig weiß noch. So. Und jetzt machen wir folgendes. Hier seht ihr, dass ich da... Hier sieht es so aus, als wenn es so Bäume wären, also so eine Ahnung von Bäumen hier. Und das erreicht man halt ganz einfach dadurch, indem man den Pinsel nimmt und nicht so flach, sondern hochkant und dann einfach so entweder tupfen oder so schiebend hier so drüber geht. Manchmal nehme ich ihn dann auch wieder flach. Ihr seht, es gibt sich völlig... Ergeben sich völlig unkompliziert diese... Diese Strukturen, die halt so ein bisschen erscheinen, als wenn es irgendwelche Bäume wären, die da vielleicht im Hintergrund sind. Es ist ja schon eine Bergreihe, die schon etwas näher ist. So, nach unten male ich das jetzt einfach nur wieder so aus. Ihr seht, das ist... Ich gebe mir da gar keine große Mühe. Das sieht trotzdem ganz nett aus. So, dann kommt die nächste, also die letzte Bergreihe. Auch da nehme ich mir wieder mein Blau. Wird ein bisschen Krabbrot. Und jetzt darf es ruhig violett werden. Wer möchte, kann natürlich, deswegen habe ich das Gelb ja auch, kann natürlich auch das Gelb noch dazu mischen. So ein ganz... Wobei das dann eher Grau wird. Wenn er jetzt mehr Blau dazu gibt und dazu ein bisschen Gelb, dann kriegt er so ein grün, grünliches Grau. Ja, finde ich so ganz angemessen, weil wenn wir jetzt nach vorne kommen, also diese Bergkette ist ja wesentlich näher als diese da hinten, dann kommen natürlich Rot und Gelb als Farbe, die erreichen uns jetzt. Und deswegen haben wir hier dann eben auch eventuell mehr einen Farbton, der jetzt vielleicht ins grünliche geht. Und ganz extrem werden wir das dann gleich hier im Vordergrund haben. So, und auch hier gehe ich also wieder hin, nehme meinen Pinsel und führe den so... Unregelmäßig, so wie, als wenn da eben so Baumspitzen wären. Genau, so. Und damit haben wir halt auch in dem Bild jetzt so eine ganz klare Strukturierung. Wir haben den Hintergrund, wir haben den Mittelgrund, das wäre hier. Und den Vordergrund, den machen wir uns gleich, das ist dann vorne diese Vegetation. Ja, wir haben Juni 2016, es ist relativ warm und ich merke das jetzt direkt an den Farben, weil die mir hier relativ schnell trocknen. Ups, jetzt richtig nicht genügend gemischt, so dunkel soll es nämlich nicht sein, so dunkel soll es nur der Vordergrund sein. So, und jetzt male ich das dann hier einfach auch aus. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt so einen großen Pinsel genommen habe. Als ich es das erste Mal gemalt habe, da hatte ich ein größeres Nummer 6 und das war einfach, da habe ich ewig gebraucht. Das sollte eigentlich ein kurzes Video werden. Wurde dann ziemlich lange, von daher ist es gar nicht so schlecht, dass ich es nochmal neu gemacht habe. So. Mir ist das jetzt hier so ein bisschen zu regelmäßig. Ihr seht, dass diese Reihe so gerade ist und die auch. Jetzt ziehe ich die hier mal ein bisschen so hoch noch. Und hier auch noch, damit wir hier so ein bisschen Lebendigkeit drin haben. Und ich kann auch nochmal die hintere Reihe nochmal auch noch ein bisschen interessanter gestalten, indem ich dann, ups, indem ich hier zum Beispiel dann hier noch ein bisschen höher gehe. Hier vielleicht auch noch. Und hier vielleicht noch so ein bisschen. So. Dann wirkt es so ein bisschen interessanter. Gut. Ja, dann mache ich den Pinsel wieder trockensauber, weil es ist ja ganz klar, also wenn ich von hell nach dunkel gehe, dann brauche ich den Pinsel nicht sauber machen, weil die dunkle Farbe die Helle ja immer abdeckt. Würde ich jetzt andersrum arbeiten, müsste ich den Pinsel natürlich jedes Mal komplett sauber machen, weil wenn der Pinsel noch ein bisschen dunkle Farbe hat und ich gehe dann ins helle Reihe, das ist natürlich nicht so prickelnd. Ja. Mir ist das da hinten ein bisschen zu hell. Ich möchte es noch ganz klein wenig dunkler haben, damit es sich noch ein bisschen besser abhebt. So. Okay. Besser, ne? Gut. Kommen wir also zur letzten Farbe. Dafür nehme ich mein Ultramarin, mein Krabbrot. Da kann ich übrigens auch ein bisschen von dem Kulinblau mit reingeben. Dann wird es schön dunkel, dann noch ein bisschen was von dem Gelb. Dann wird es ein bisschen grünlich und es wird eine sehr, eine relativ dunkle Farbe. Also es ist natürlich nicht schwarz, aber ich finde, schwarz tötet so... Dann wird so ein Bild das echt abtöten, weil wir haben hier jetzt eine ziemlich einheitliche Farbstellung dadurch, dass wir halt immer die gleichen Farben jetzt genommen haben. So. So. Diese Farbe nehme ich jetzt für den Vordergrund. Merkt schon, dass ich mit dem Krabbrot relativ vorsichtig bin, weil das eben so extrem färbt. So. Ich gehe da jetzt ziemlich, ehrlich gesagt, ziemlich unstrukturiert vor. Also das heißt, ich mische mir jetzt einfach die Farben so, wie ich lustig bin. Und ich gucke halt nur, dass ich einen dunklen Farbton kriege. Was ein bisschen schwierig ist, weil das Ultramarin nicht dunkel genug ist. Also bessere Effekte erreicht man mit Preußisch Blau. Aber ich wollte das Bild ja möglichst einfach halten. So. Jetzt kommen wir halt zu den ganzen Bäumen. Und die kann man sehr einfach erreichen, malen. Ich nehme halt einfach den Pinsel jetzt, zum Beispiel jetzt hier dieses Nadelgehölz da, und überlege mir ungefähr, wo hier der Baumstamm sein soll. Hier. Und dann nehme ich den Pinsel und führe den oben erst schwach aufdrückend, damit ich halt nur diese kleinen Zweige kriege und oben immer stärker, damit ihr die größeren kriegt, gehe ich jetzt erstmal hier so an der Seite dran. Ein bisschen zu wenig Farbe. Dann die andere Seite. Da ist mir ein bisschen zu massiv geraten. So seht ihr, hier sind noch so Lücken dazwischen. So soll das eigentlich auch ausschauen. Okay, dann probieren wir es hier nochmal. Also hier so den Zweig, den Stamm und dann eben. So, das ist jetzt besser. Jetzt sieht man hier so einzelne Lücken. Das ist immer extrem wichtig, dass ihr diese Lücken habt, wo der Hintergrund durchschimmert, weil dadurch kommt eben mehr Tiefe ins Bild rein. So, sieht doch schon echt nett aus. Dann habe ich hier noch so einen Laubbaum. Den können die jetzt theoretisch eben auch mit der, kann ich auch mal machen mit dieser Technik mit dem zerknüllten Papier. Nehmen wir einfach ein Papier, zerknüllen das ordentlich, gehen die Farbe rein und tupfen wir das hier so auf. Dann kann man die Farbe auch mit dem Papier anmischen. Diese Technik hat für mich, finde ich, den großen Reiz, dass ich damit diese feinen Blätter sozusagen hinkriege und dass eben, was ich gerade gesagt habe, der Hintergrund eben immer so schön durchschimmert. So, mehr Power hier rein, dann hier nochmal so ein, noch ein Bäumchen. So, das sieht doch schon sehr hübsch aus, finde ich. Gut. Und dann gehe ich halt hin, damit wäre das Bild eigentlich schon so vom Groben her fertig. Und jetzt gehe ich halt noch hin und nehme mir mein Linierpinsel. Der Linierpinsel sollte einmal kurz ins Wasser eingetaucht werden. Dann geht er damit in die Farbe rein, die ihr halt angemischt habt. Und damit könnt ihr dann eben zum Beispiel hier noch so einzelne Äste imitieren. Die Farbe ist mir schon ein bisschen trocken. Ich wollte es kein Blau mehr. Ich wollte mir da ein bisschen geizig sein oder beziehungsweise das Video schnell fertig machen. Ich brauche aber leider noch ein bisschen Blau, weil sonst wird mir das einfach nicht dunkel genug. So ist besser. Dann kann ich eben hingehen und zum Beispiel hier nur so Totholz einfügen. Hier so Äste, die hier nur so rausragen. Hier vielleicht oder hier noch so ein bisschen Gehölz. Und das sieht immer ganz nett aus, finde ich. Ja, da haben wir doch ein sehr schönes Motiv. Und ganz zum Schluss, dafür kann ich jetzt den Spitzpinsel oder eben auch den Linierpinsel nehmen. Eigentlich gehupft wie gesprungen. Nehme ich auch heute diese dunkle Farbe. Mische ein bisschen Weiß dazu, dass es ein ganz klein wenig heller wird. Soll so einen relativ neutralen Grauton geben. Damit male ich jetzt meine Vögelchen. Und das zeige ich jetzt auf der Rückseite des Bildes nochmal in groß. Damit ihr das mal seht, wie ich die Vögelchen male. Dafür nehme ich einfach den Pinsel her. Die Vögel sind immer nur angedeutet. Also ich kann ja keine Vögel malen, die so klein sind. Und zwar sehr einfach immer einfach zwei Komma. Ein Komma, zwei Komma. Und dann vielleicht unten nur so ein Fleck dran, dass man vielleicht so denkt, ach Gott, das könnten vielleicht die Schwanzfedern sein. Oder manchmal, wenn die Flügel heute sehr weit oben sind, dann gibt es so ein enges V mit unten einem kleinen V dran. Vorne ist der Schnabel. Hinten sind die Schwanzfedern. Und dann gibt es halt alle möglichen Kombinationen davon. Ihr seht, das geht eigentlich relativ fix so Vögel. Ups, das liegt jetzt am Pinsel, weil das so dick ist. Vögel so in allen möglichen Varianten so zu malen. Das geht eigentlich ziemlich fix. So und das Ganze mache ich jetzt eben auf der Vorderseite mit dem Spitzpinsel, weil das Bild natürlich viel kleiner ist. So und dazu vielleicht nur eine einfache Regel, wenn ihr das Bild in Drittel einteilt. Also hier zwei Striche macht, senkrecht, zwei Striche waagerecht. Dann habt ihr Schnittpunkte von den Strichen. Und ihr solltet halt so interessante Objekte eben wie diese Vögel möglichst an den Schnittpunkten irgendwo verorten. Also in dem Fall halt hier zum Beispiel. Dunkel genug, müssen wir es ein bisschen dunkler machen. So und dann habe ich halt hier ein Vöglein. Hier oben fliegt nur eins. Hier noch. Hier auch noch eins. Hier vielleicht noch eins. Hier vielleicht noch eins. Hier sind jetzt ein bisschen dunkel. Sollten ein wenig heller sein. Wenn die so dunkel sind, dann glaubt das Auge, dass die relativ nahe sind. Weil in der Ferne sind die Gegenstände halt genau wie hier diese ferne Bergkette halt heller durch die Atmosphäre halt, die dazwischen ist. Okay. Machen wir dann noch ein paar Vögel an. Ich wollte halt ein bisschen mehr malen. Richtig kleine, so ein kleiner Vogelschwarm. So. Ja. Und damit ist das Bild eigentlich fertig. Und ich glaube diesmal, das kann man wirklich in 10 Minuten malen. Das ist kein großer Aufwand. Ja. Hier unten ist jetzt die Farbdeckung nicht so perfekt. Das liegt jetzt daran, dass ich wieder so ein bisschen sehr hektisch gemalt habe. Aber da vorne merkt ihr auch jetzt mit mehr Krabbrot. Das ist jetzt nicht irgendwie Geiz oder so, sondern es hängt jetzt einfach mit dem damit zusammen, was ich vorher gesagt habe. Dass man halt, je weiter man nach vorne kommt, umso mehr Rotanteil im Licht hat. Rot und Gelb Anteil. So. Und jetzt den mal, mach ich den noch ein bisschen größer hier. Den, mein Bäumchen hier. So. Genau. Das sieht ein bisschen realistischer aus, wenn da einzelne von diesen Ästen auch wirklich erkennbar sind. Wenn das nicht so einen Klumpatsch gibt, ne. So. Hier auch noch ein bisschen dunkler machen an einigen Stellen. Ja. Fertig. Gut. Also eine Vorlage dazu auf meiner Webseite gibt es natürlich nicht. Weil jeder kann sich hier die Berge und die Vegetation selber gestalten. Und ich denke, es ist ein nettes kleines Motiv zum Nachmalen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.